hallo leute und willkommen zu diesem doch schmackhaften video meinerseits ich habe mir gedacht ich schmeiß mal wieder gta rein acht jahre habe ich gespielt etwas erfahrung ist noch hängen geblieben und rockstar schafft es nicht red dead zu updaten fallout ist momentan auch nicht das beste mehr vor ort 5 lässt warten aber naja habe ich mich in mein chopper gesetzt und gedacht hey das den killing spree raus darauf habe ich echt viele interessante clips aufgenommen mocs zum beispiel panzer juggernauts juggernauts in vietnam mit freunden im jet natürlich glitches und bugs und solche schwachmaten ja das ist wirklich passiert spielzeugautos und quittende spiele damit viel spaß zu meinem ersten gta video haut rein peace out ja ja, boi ja, boi ja, boi ja, boi Geh! Oh 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 And a little bit of spice I 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